Ändern der Einstellungen im Stand-by-Modus Um Einstellungen wie den Druck oder die Druckeinheit zu ändern, drücken Sie die Menü-Taste. Wechseln Sie im Menü mit den Pfeiltasten auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten den gewünschten Wert und bestätigen Sie wieder mit OK. Drücken Sie die Home-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Auf dieselbe Weise können Sie auch den Druck dauerhaft ändern.